Ich bekomme wieder vermehrt die Frage gestellt, woher ich das alles weiß, was ich hier so kundtue, hier vermittel und mit auf den Weg geben möchte. Das ist auch ganz einfach zu beantworten, weil ich es selber durchlebt habe, selber anwende oder tatsächlich auch weiß, wovon ich spreche. Du merkst nämlich, wenn jemand weiß, wovon er spricht, dass das alles wie aus der Pistole geschossen kommt. Und bei mir ist auch nochmal die Gegebenheit zusätzlich, ich habe ganz, ganz lange Erfahrungen mit diesen Bereichen und brauche mir Stück für Stück das weiterhin auf. Wenn andere sagen, sie gehen am Abend da und dahin, um Spaß zu haben, dann beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und alles, was einen Menschen erfolgreicher macht. Weil für mich ist das wichtig, das Leben zu verstehen und es ist mir nicht wichtig, das zu machen, was 99% der anderen Menschen da machen, weil das bringt dich nicht voran. Das schafft nicht das Ergebnis am Tagesende, was du letztendlich haben möchtest. Weil du musst dir ja nur mal vorstellen, die ganzen erfolgreichen Menschen, die es da draußen gibt, warum sind die so erfolgreich? Weil die sich ganz klare Ziele setzen, Pläne haben und strukturiert ihren Tagesinhalt aufbauen. Und das schaffst du nur, wenn du genau so das Stück für Stück durcharbeitest. Und das ist nicht gegeben, wenn du den falschen Umgang hast mit Persönlichkeiten, die bei dir da so rumlaufen oder aber auch, es ist nicht gegeben, wenn du falsche Dinge über den Tag verteilt anwendest. So gesehen überhaupt nicht die Stunde, die Minute honorierst und dir sagst, da muss jetzt was bei rumkommen. Viele machen nämlich nur Dinge, weil sie nichts zu tun haben. Und da ist der entscheidende Unterschied. Wenn du was zu tun haben möchtest, dann überleg mal, wer der richtige Mensch ist, den du jetzt aufsuchen solltest. In diesem Sinne, denk daran und bis dann.